Schimmeln lassen. So, hast du gerne Schimmel? Mhm. Schimmeln sind meine Lieblingsrassen. Ja, aber das ist aber super. Hoffentlich schaffen sie, ohne ihren Punkt. Ja, das ist ja so. So, ich habe noch mal gesehen, was, äh, wo auch immer passt. Hm? Ja, das geht. So, ich habe noch mal gesehen. Wir nehmen totalen Momenteilis, aber acht Zürich, und es wurde spürt, mit der Summen im Landeil, mit der Spitze, mit der Höflich. Das hat sie gehört. 2008. Das hat sie gehört. Das hat sie gehört. Das hat sie gehört. Das hat sie gehört. Ah, ja, ja. Genau, ja, genau. Ja, ja. Genau. Und wenn, wenn sie weiter auf ein Parkour aufgestellt ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein Schwarz, der Kuh. Ja, sie hat da oben an der Bauch, weil, äh, ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.